Hi, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Ruhland, Psychotherapeut, Paartherapeut und Traumatherapeut aus Saarbrücken. Und heute mache ich ein Video zum Thema, welche Krankheiten alles eine KPTPS maskieren, also hinter welchen psychischen Erkrankungen sich häufig eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung verbirgt. Die komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist eine neue Krankheitsdiagnose, die in ICD-11 aufgenommen worden ist. Der ist jetzt schon gültig, das Textbuch lässt noch auf sich warten. Und dieses Störungsbild ist ein Segen, dass endlich die Folgen von fortwährender Exposition an Traumatisierung in der Diagnose fasst, namentlich also die Folgen von schweren Kindesmisshandlungen, Kindheitstraumatisierungen erfasst. Also jeder, der in der Kindheit schwer misshandelt worden ist und der psychische Folgen nach sich trägt, hat nun über die Diagnose der KPTPS einen direkten Zusammenhang und das Trauma wird somit validiert und gewertschätzt. Und das ist eine ganz wichtige Diagnose. Die KPTPS besteht meistens eigentlich also ursächlich aus einer Typ-2-Traumatisierung. Das heißt, das betroffene Individuum hat zu mehreren Zeitpunkten, meist in der Kindheit, physische oder sexualisierte Gewalt erlebt. Und dieses Erleben dieser repetitiven Gewalt, das kann aber auch Lagerhaft oder Kriegseinsatz sein, führt dazu, dass immer wieder Intrusionen oder Flashbacks kommen. Diese Flashbacks werden vom Betroffenen vermieden und das Nervensystem schaltet aufgrund der permanenten Bedrohung in Hyperarousel. Das heißt, das Nervensystem ist übererregt und der Betroffene kämpft mit einem ganz hohen Stressarousel. Die KPTPS hat dann noch mehrere Diagnoseelemente. Das heißt, es gibt emotionale Stimmungsschwankungen, interaktionelle Probleme und Probleme der Selbstwahrnehmung. Und hier greift mein Video ein, weil der klassische KPTPS-Patient kommt nicht in die Therapie und sagt, hallo, ich bin der Sohnsohn und habe eine KPTPS. Und auch viele Behandler sind mit Traumatherapie nicht so vertraut, dass sie erkennen, dass hinter den allgemeinen Störungsbildern sich oft eine schwere Traumafolgestörung verbirgt, namentlich die KPTPS oder vielleicht noch schlimmeres eine dissoziative Identitätsstörung. Also die allgemeine Psychotherapie, Psychiatrie, das Versorgungssystem erkennt eigentlich nur die Symptomdiagnosen, erkennt aber nicht die dahinterliegende Traumafolgestörung. Deshalb in diesem Video zeige ich euch ein paar allgemeine Psychodiagnosen, psychische Erkrankungen, hinter denen sich eine KPTPS versteckt. Wir fangen an mit Suchterkrankungen, gehen über Panikattacken zu Depressionen, zum Schluss noch zur Hypochondrie. Und ich sage euch ein bisschen, was die einzelnen Störungen mit der KPTPS zu tun haben und warum die auch zu Traumafolgestörungen, also als komorbide Symptome dazugehören. Fangen wir mal an mit den Suchterkrankungen. Also wie ich eben schon dargelegt habe, bestehen die KPTPS immer aus dem Hyperarousel des Nervensystems, weil der Betroffene in der Kindheit immer Stresssituationen erlebt hat, wenn er misshandelt worden ist, wenn er sexualisierter Gewalt ausgesetzt war oder der Soldat, der in vielen Kriegseinsätzen war, immer wieder in lebensbedrohlichen Einsätzen war, kurz davor irgendwie zu versterben, hat immer ein hohes Stressarousel. Das hat sich in die Hirnstruktur eingefräst, in niedere Hirnregionen. Oder aber auch einer, der ganz viele Einzeltrauma aneinanderreit und dann irgendwann eine KPTPS ausbildet. Die Leute haben alle Todesangst erlebt, die sich ins Gehirn einfräst. Und bei den meisten ist der erste Lösungsversuch eine Sucht. Da Suchtmittel häufig schnell verfügbar sind und relativ schnell Linderung für die KPTPS oder für die Traumafolgesymptomatik schaffen. Also wenn man mal zum Beispiel die Volksdroge Alkohol nimmt, die deckt zum Beispiel den Aspekt des Hyperarousels gut ab. Alkohol ist eine dämpfende Droge und eine euphorisierende Droge. Und bei der KPTPS gibt es ja zwei Elemente, das permanente Hyperarousel. Die Leute sind gestresst, sind oft angespannt, haben innere Angstzustände und haben natürlich über diese fortwährende Traumatisierung auch ein labiles Selbstbild. Und der Alkohol hat da eine zwei Phasenwirkung. Erstens wirkt Alkohol anxiolytisch, das heißt angstlösend, beruhigt das Nervensystem und wirkt gleichzeitig euphorisierend. Das heißt, wenn man Alkohol trinkt, vergisst man für die Zeit, wo man drin die Folgen der KPTPS, die einen ständig begleiten. Deshalb sind viele Menschen, Soldaten, Jungs, aber auch Frauen, die Gewalt oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, greifen zum Alkohol, weil sie beim Trinken eine Zeit lang angstfrei sind und ihr Selbstwert sich merklich hebt. Der Junge, der immer misshandelt worden ist und samstagsabends zehn Bier trinkt, der hat innerlich keine Angst mehr und fühlt sich irgendwann gut. Andere Drogen, wie zum Beispiel Opiate, Cannabis, sind dämpfende Drogen und auch die setzen beim Hyperarousel der KPTPS an und beruhigen das Nervensystem. Also ganz viele Leute, die unter solchen inneren Stresszuständen und Belastungszuständen nach Trauma leiden, kiffen sich runter oder spritzen Heroin, um einfach Ruhe und Frieden zu finden. Und das hat auch immer noch einen Bindungsaspekt, das beruhigt. Und da die meisten Trauma-Folgestörungen auch einen Bindungsaspekt haben, greifen diese Drogen. Das hat man auch im Vietnamkrieg gut gesehen. Die GIs, die zurückgekehrt sind, waren meistens Polytoxikomanen. Das heißt, die haben Alkohol getrunken, die haben Opiate gespitzt und Cannabis geraucht, um ihr vielfaches im Krieg erlebtes Leid in den Griff zu kommen. Kokain und Amphetamine greifen meistens bei dem labilen Selbstwert an. Den Menschen mit Trauma-Folgestörungen haben, wer die ganze Kindheit durch beschämt, erniedrigt und gequält worden ist. Das macht einen Effekt auf den Selbstwert. Und hier sind natürlich pushende Substanzen wie Amphetamine oder Kokain auch gut, um den Selbstwert zu heben. Und man hat für eine kurze Zeit nicht mehr das Gefühl, dass man ganz klein und ausgeliefert ist. Dasselbe gilt auch für nicht stoffgebundene Suchte, zum Beispiel Computerspielsucht. Wenn du ein Trauma in dir stecken hast, das immer wieder ins Gedächtnis vorne drängt, ist natürlich zum Beispiel Automatenspiel oder Computerspiel permanent beschäftigt das Arbeitsgedächtnis. Die Wahrscheinlichkeit, dass Traumamaterial ins Gedächtnis kommt, eher unwahrscheinlich. Deshalb verbirgt sich häufig hinter stoffgebundenen Süchten und hinter Sucht allgemein eine Trauma-Folgestörung, namentlich die KPDPS. Dies ist aber im allgemeinen Versorgungssystem oft noch nicht angekommen. Und deshalb werden Suchtkranke immer wieder rückfällig, weil das zugrunde liegende Trauma nicht behandelt wird. Kommen wir weiter zum Klassiker, hinter dem sich oft eine Trauma-Folgestörung versteckt und ist wohl eine der häufigsten Diagnosen im Versorgungssystem, die klassische Panikattacke. Die Panikattacke bildet zwei Aspekte in der Traumatisierung ab. Und ganz oft kommen Patienten zu mir und klagen zuerst über Panikattacken. Und wenn man dann eine saubere Trauma-Anamnese macht, stellt sich heraus, dass es eigentlich das Leitsymptom von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung ist. Ich erkläre das. Also jemand, der in der Kindheit schwer traumatisiert wird durch Gewalt oder sexualisierte Gewalt, der hat immer auch eine inhärente Todesangst. Man stelle sich einfach mal vor, ein Mann meiner Statur, fast 1,90 Meter groß, 114 Kilo Lebendgewicht, rennt schreiend und bedrohlich hinter einem Kind her und fängt an, auf es einzuprügeln. Einem Kind ist nicht klar, dass das nicht tödlich ausgehen kann. Das Kind hat in dem Moment Todesangst. Also wenn sich ein großer Erwachsener an einem Kind physisch vergeht und noch schlimmer sexuell vergeht, erlebt das Kind immer Todesangst. Es erlebt eine massive Bedrohung. Und ganz häufig werden diese Aspekte der Traumatisierung im Unterbewusstsein verdrängt. Aber der Furchtapparat des Gehirns, Amygdala und die ganzen anderen Teile produzieren weiter Angstzustände, die sich in Panikattacken äußern und die existenzielle Todesangst des Traumaopfers nach oben befördern. Dann kommt noch hinzu bei Panikattacken, dass Panikattacken auch oft in Beziehungen auftreten. Also Menschen kommen ganz oft in Therapien und sagen, ich habe Panikattacken, ich habe einen neuen Partner kennengelernt, ich habe neue Menschen kennengelernt und in der Annäherung zu diesen Menschen habe ich plötzlich Panikattacken gekriegt. Und das ist natürlich für Traumapatienten auch völlig logisch. Wenn man mal davon ausgeht, dass die meisten komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen in der Familie entstehen durch Bedrohung von Nahpersonen oder Gewalt von Nahpersonen, ist natürlich die Annäherung im vertraulichen, emotionalen Setting immer wieder ein Trigger. Und dann kommen natürlich Angstanfälle hoch, die nichts anderes symbolisieren als die Furcht, die man früher vor den Bezugspersonen hat. Also immer, wenn ihr unter Panikattacken leidet oder im allgemeinen Versorgungssystem mit Panikattacken aufschlagt, rentiert sich es immer, diese Sache auch traumatherapeutisch zu denken, weil oft verbirgt sich hinter Panikattacken eine fulminante Traumasymptomatik. Der nächste Aspekt, den ich gerne mit euch beleuchten will, ist die Volkskrankheit der Depression. Also ganz viele Depressionspatienten, die initial zu mir gekommen sind durch Überweisung vom Hausarzt, durch Überweisung von Kollegen, die in der ortsansässigen Psychiatrie sind, die kommen mit dem Label Depression, affektive Erkrankung. Aber hinter der affektiven Erkrankung verbirgt sich meist die Folge von der Traumatisierung. Beleuchtet man die Fälle näher, haben diese Menschen häufig in der Biografie sexuelle Übergriffe erlebt, physische Gewalt erlebt, lange Zeit massive Beschämung durch die Bezugspersonen, sind bindungstraumatisiert. Und das alles führt zu einer komplexen PTPS mit Depression als komorbidem Symptom. Und die Depression zeigt im Prinzip die Erschöpfung des Individuums, seinen Traumarucksack zu tragen. Also Menschen, die traumatisiert sind, haben einen ungeheuren Rucksack. Die machen einen Marsch mit einem 50-Kilo-Rucksack wie ein amerikanischer Soldat im Einsatz, weil die einfach viel mehr tragen müssen. Das Nervensystem ist aufgrund der Kindheit vorgeschädigt. Die sind ungeheuer beschämt, haben viel Angst und müssen im Alltag ungeheuer viel mehr machen, um klarzukommen als ein Mensch, der nicht traumatisiert ist. Also das heißt, die müssen in der Interaktion die eigenen Schamgefühle, die eigenen Angstgefühle kontrollieren. Die müssen immer schauen, dass keine Flashbacks hochkommen. Das ist natürlich nicht immer bewusst, aber die müssen im Prinzip ihr ganzes Innenleben im Griff halten. Und das verschwendet natürlich viel mehr oder braucht viel mehr psychische Energie als bei einem Menschen, der nicht traumatisiert ist. Dann ist natürlich aufgrund der Traumatisierung das Verhältnis zu Nahpersonen schwieriger, weil misstraut wird. Oft sucht man sich auch, wenn man traumatisiert ist, nochmal retraumatisierte Menschen, weil man das alles gar nicht so bewusst hat. Und die alten Bezugspersonen noch für valide hält. Also alles in allem erschöpft sich, dass er wie Individuum irgendwann an seiner eigenen Traumageschichte wird hilflos gegenüber den eigenen Dämonen, die in ihm wohnen und kommt so immer mehr hinter die Kraft, wird hilfloser, hilfloser und irgendwann steht dann eine affektive Erschöpfung, namentlich die Depression. Und die kann dann nur ausheilen, wenn man die auch traumatherapeutisch behandelt, also die ganzen Verwerfungen, die eine Traumatisierung, eine langanhaltende Typ 2 oder Typ 3 Traumatisierung verursacht. Kommen wir zum letzten Störungsbild, was ich euch vorstellen will, was man eigentlich gar nicht so mit Traumatisierung in der Regel in Verbindung bringt, was eher eigentlich im Volksmund so belächelt ist, aber was eigentlich sehr ungerecht ist. Es geht um die Hypochondrie, die Krankheitsängstlichkeit. Und die Hypochondrie, da gibt es auch viele Studien dazu, steht oft mit Traumatisierung in der Kindheit in Verbindung und ist auch im Katalog der Störungen, die mit APTPS assoziiert sind, aufgenommen, weil das Individuum seinem eigenen Körper nicht vertraut. Und die Hypochondrie, also die Angst, an einer lebensbedrohlichen Krankheit erkrankt zu sein und zu versterben, symbolisiert eigentlich drei Aspekte von einer Initialtraumatisierung. Das heißt, ein Hypochonder, der fürchtet ja immer eine Todesdiagnose, geht zum Arzt, versichert sich rück, sucht zwei Ärzte auf, dann hat er kurz seinen Frieden und dann geht es mit einem neuen Krankheitsbild los. Also er ist im Prinzip einem Dauerangriff seines Körpers ausgesetzt, weil er keine Ruhe hat. Und in dieser Todesangst, die sich oft in der Hypochondrie wie in so einem Rollercoaster abspielt, also man hat den Peak, man denkt, man ist krebskrank, geht zum Arzt, erfährt Erleichterung, dann hat man ein paar Monate Ruhe und dann geht es wieder von vorne los, spiegelt sich eigentlich die Todesangst in der Traumatisierung wieder. Also wie eben schon bei Panikattacken gesagt, gehen Kindheitstraumatisierungen beim Kind mit massiven Todesängsten einher und die spielen sich auch in der Hypochondrie wieder. Der zweite Aspekt bei der Hypochondrie ist das mangelnde Vertrauen in die eigene Leiblichkeit, in den eigenen Körper, weil leider ist es so, das Eingangstor für eine Traumatisierung durch physische Gewalt oder sexualisierte Gewalt ist immer der eigene Leib, der eigene Körper. Und das Kind lernt so kein gutes Verhältnis zu seinem Körper und misstraut auch dem Körper, weil der Eintrittspforte für so viel Leid und Schmerz ist. Und gerade bei verdeckten Traumatisierungen spielt die Unsicherheit im eigenen Leib die Beschädigung des eigenen Körpers durch Traumatisierung wieder. Also die Hypochondrie, das Nichtvertrauen in die eigene Körperlichkeit symbolisiert, im Prinzip die alte Traumatisierung, bei der man das Leid durch den Körper erfahren hat. Ein dritter Aspekt der Hypochondrie ist auch immer der Lösungsversuch. Also ich suche mir beim Fachmann Hilfe, bei einer Vertrauensperson, bei einer Autorität Hilfe, durch die repetitiven Arztbesuche. Da ist eine Autorität, die Vertrauen ausstallt und mich kurzzeitig beruhigt. Und nichts braucht so viel Beruhigung wie ein traumatisiertes Nervensystem. In der Traumatherapie ist ein Hauptaspekt der Behandlung die Beziehungsgestaltung zum Patienten eine liebevolle, freundliche, respektvolle Beziehung aufzuhalten, die das Ganze trägt. Und das sucht der Hypochonder immer wieder, indem er zum Arzt eine Beziehung aufbaut und die Erlösung will, dass er nicht stirbt. Also in der Hypochondrie verbergen sich auch drei Aspekte der Traumatisierung. Also sollte man auch immer, wenn man unter hypochondrischen Ängsten leidet, an ein traumatisches Geschehen denken. Das waren die vier Störungen, hinter denen sich oft eine KPTPS versteckt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Es hat dich interessiert. Wenn du gern mit mir arbeiten willst und wissen willst, was hinter deinen Symptomen steckt, kannst du gern eins meiner Aufstellungsseminare besuchen. Dort kann man auch gern im Rahmen von Symptomaufstellungen untersuchen, was hinter deinem psychischen Leib, deiner Hypochondrie, deinen Panikattacken steckt. Wenn dir meine Arbeit gefällt, wäre ich auch sehr froh, du würdest den Kanal abonnieren und mitkommentieren. Ich danke dir herzlich fürs Zusehen und gerne bis zum nächsten Video.